Handel abgeschlossen. 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 Feindliche Verstärkung ist eingetroffen. Ich brauche eine Pause. Feind in Sicht. Feindliche Verstärkung. 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 Feindliche Verstärkung ist eingetroffen. Braucht ihr Schutz? Ich vermisse meine Familie so sehr. Ich hoffe, das Kämpfen ist bald vorbei. Gibt es etwas zu tun? Wo ist die Druide? Wir haben ein Gebiet entdeckt. Feind in Sicht. Ich einige kurz meine Wunden. Ich bin ein Gebiet entdeckt. Nur ein Kratzer. Feind in Sicht. Wo ist die Druide? Feind in Sicht. Ich bin ein Kratzer. Ich bin ein Kratzer. Ich bin ein Kratzer. Feind in Sicht. Feind in Sicht. Feind in Sicht. Gibt es was zu tun? Ich bin ein Kratzer. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist gar nicht schwer. Wo soll ich hingehen? Rekrutierung abgeschlossen. Ein herrlich frisches ZDF. Feind in Sicht! Unsere Armee wird angegriffen. Feind in Sicht! Warte auf Befehl! Ausbildung! Feind in Sicht! Gibt es Befehle? Unsere Armee wird angegriffen. Gibt es Befehle? 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 Nur noch eine Lieferung. Lass mich durch. Lass mich durch. Die Banditen haben sich zurückgezogen. Ein Kundschafter verhandelt bereits über einen Gefangenenaustausch. Das war ein Fehler. Wir kamen her, um einer Tragödie zu entfliehen. Und jetzt? Wir konnten viele Leben retten. Wir dürfen einfach nicht noch mehr Land an diese Verbrecher verlieren. Darüber könnt ihr beiden euch noch ewig streiten. Und in Zukunft sollten wir auch versuchen, unsere Konflikte friedlich zu lösen. Aber in diesem Fall haben die Banditen jeden Verhandlungsversuch abgewiesen. Wir waren zum Handeln gezwungen. Und ich mag mir kaum vorstellen, welches Leid mein Volk zu ertragen hätte, wenn wir nicht eingeschritten wären. Mein Kampf zu gewinnen ist nicht tapfer. Die wahre Herausforderung ist, gar nicht zu kämpfen. Das ist wahr. Auch wenn wir heute keine andere Wahl hatten. In Zukunft sollten wir versuchen, bessere Lösungen zu finden. Erst kürzlich standen wir alle noch auf der anderen Seite eines solchen Konflikts. Vergess das nicht. Ich werde nach nützlichen Informationen Ausschau halten. Das wäre sehr hilfreich. Inzwischen bereite ich das Schiff vor und lasse die Vorräte wieder auffüllen. Ich bin bereit. Wir sind bereit. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020